Die Schlacht an der Berre fand 737 zwischen fränkischen Truppen unter dem Kommando von Karl Martel und arabischen Truppen aus Al-Andalus statt, die geschickt worden waren, die Belagerung von Nabone aufzuheben. Die Schlacht fand an der Mündung des Flusses Berre statt. Die Schlacht Martel profitierte von den geografischen Gegebenheiten und überraschte die Araber an der Mündung des Flusses beim Entladen der Truppen. Die Araber hatten zuerst die Kavallerie entladen, als die Franken angriffen. Die Franken verfolgten die Araber in die angrenzenden Lagunen und es kam zu einem Blutbad, das sich von der Flussmündung bis nach Donis und Dörben hinzog. Folgen Martels Truppen zerstörten daraufhin die Siedlungen von Septimaniat, darunter auch Nemes, A. Gde, Bizzias und Magulone. Trotz dieses Sieges war es im gleichen Jahr noch einmal notwendig ein Heer aufzustellen, um die Kontrolle der Region zu erringen, da die Araber erneut eine Armee aussandten. Diese zog sich jedoch zurück, als sie erfuhren, dass Martel eine Allianz mit den Langobarden geschlossen hatte. Die Schlacht verhinderte, dass sich die Araber in der Region ausbreiten konnten.